hallo leute freunde gamer heute geht es wieder weiter mit sleeping definitiv edition dogs level 8 9 10 mit wei shen wei shen nächster markierungspunkt grüne tafel mal sehen was mich dort erwartet aber zuerst ein fahrzeug dann los zum ziel zum nächsten dort für meine geschäfte für meine also zum nächsten treffpunkt yeah willi ich bin mit meinem motorrad sehr schön wei voll das ja optimal hier bin ich richtig sehr gut treffpunkt der gang der polizei also des aktenführenden polizisten also detektiv sergeant oder keine ahnung was das ist jedenfalls auch eine falsche ratte die zum schluss zur verantwortung gezogen wird eine letzte level level 47 oder 48 habe ich hier am anfang schon in den ersten drei levels gesagt einige schüsse auf die abfälle abgeben alles ok zuhören kampf nachstehen hat er 5 5 5 5 5 5 5 5 12 10 13 14 15 15 16 15 Einige Schüsse blieben vorher Okay, das war nicht ganz richtig Alles klar, gut, okay Also ich darf die Deckung nicht verlassen Beim Flink feuern Okay, gut Jesus Da war ein Shooter. Firing Shots from the passenger window. But he couldn't get a clean shot. So he kicked the ball. Und dann noch keiner. Ah, fuck. Keine Menge. What are you waiting for? Move it a long way. We don't have a lot of time. Okay, music coming. Keep going. Come on. What? What are you waiting for? One more thing. Okay. He would have tried to get away. Okay. Verfolgungsjagd. We're not done here. We're not done here. Erfen des Autos zu schießen. Pass. Your weapon officer. We're not done here. Good firing way. Good firing way. Pendle. What are you doing? I told you he wasn't important. Now he is. He's going to help us nail Charlie Pang. It's for the greater good way. You understand? I don't think I do, sir. Way, I know who you are. You're just like me. You do what must be done. Hmm. Local PD is on their way. You should go. Weiter geht's. Weischen und sein Motorrad. So. Wo muss ich hin? Hier in Strafen rennen. Gelbe Markierung. Okay. Zuerst die Cops abhängen. Warum sind die hinter mir her? jiu is. You're not, man. Ja, 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 ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe eine neue Statue gefunden, der Hund ausgezeichnet hat. Das war's für heute. 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 Wow. Wow. Scheiß Bus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, a bit sorry. I'm on a bad girl today, I may need to be disciplined. Was? That was wonderful. I hope you plan to be a regular customer away. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du bist so schwerer, ich hab dich auf dich! Du bist so schwerer! Winston, ich habe gerade gehört. Du bist so schwerer? Sie ist... sie ist okay. Wir haben zwei Leute geschützt, und ein paar Kunden wurden verletzt. Die Polizei sind da jetzt! Du hast nach deinem Familie gehst? Du bist so schwerer? Jeder ist draußen. Was ist die? Du bist so schwerer? Ich hör mal! Wir sind hier! Wir schütten die Wasserhäuser auf dem Wasser. All die Drogen sind in diesem Ort. Das ist wie er seine Geld macht. Ich will es auf den Boden geblieben! Siua will die Operation! Put die Hau-Ka-Chan in die Shadow Grabe! Don't die! Winston! Are you sure about this? Of course, I'm fucking sure! Look, what's the chairman gonna say when he finds his warehouse floating in the ocean? He's not gonna like it! But there's no way Thor Guys walks away from this! So burn the warehouse, but take Siua alive, put him to work for you, and give the chairman a bigger cut, than he was getting from Dog Eyes! Okay, okay, do it! Bring him alive! Right, boss? All right, boss! Let's hope we'll do it! I think you'll come to a shooting with a gang! Aaaaahhhh! Ooh, the wrong car. I thought it would be the 2nd car, but I thought it would be the 2nd car! But it's wrong! I think we'll do it! Dog Eyes gotta know, he fucked with the wrong people! Yeah, no kidding! So follow the car! We have a gun! You're good with your hands, Shan! Schauen wir, was man tun kann, ohne Iron. Schau, schau, wir sollten nicht mehr schütteln. Es gibt Arbeitnehmer da. Und wir brauchen Zuwa-Lai. Es ist wertvoll. Oh, wir gehen und schütteln. Das ist Dolgai's größte Geldmaker. Sie werden es nicht ohne einen Fettbewerb geben. Aber du willst mich unabhängig. Du bist der neue Mann. Wenn du da bist, find deinen eigenen Fettbewerb. Und du, zuhör mir. Du solltest dir ein paar Körper haben, bevor die Nacht vorbei ist. Ich will, dass du nicht ein Fettbewerb bist. Wie ich bin. Es ist nur ein Fettbewerb. Es ist nur ein Fettbewerb. Also, du willst mich zu töten eines der Dauk-Eyes-Drug-Dealers? Okay? Es ist mein Glück. So, jetzt wird hier krass. So, jetzt wird hier krass. So, jetzt wird hier krass. Hm, kling. Krindig. You are so Krindig. Oh, Entschuldigung. Das ist so Krindig. Ja. Jetzt sind die Eingeweide raus. Genau. Toll way. Toll way. Entschuldigung. Wow, wow, wow. Oh, wow. Hier wird es jetzt anstrengender. Gegner werden immer stärker. Ich glaube mit Y öffnen. Genau. Abweg von Y und Y. Und die Tür ist offen. Nein, ja. Who the fuck I am? Wei Shen. Ah, fuck. Jawohl. Ja, den schafft ich. Was ist denn los jetzt? Nicht die beste Technik von mir. Abwegung gibt sie login? Ja. Wer die Dünnsanlage? Das verdirbt ihr doch in jeden Kaffee, jeden Koffee, das kann ja, kann so nicht sein. Wštel! Ich weiß nicht, dass der schlechte besser sein soll. Keine Ahnung, aber... So du Knight Rider, hier ist Sensei. So jetzt schnapp ich mir noch mal das Feudel. Wie schnapp ich mir jetzt! Ich habe ihn wirklich geschmelt. Ich habe ihn nicht. So etwas schnapp ich mir, dass du mich anstrahlen kannst. So etwas zu tun. So etwas zu tun. So etwas zu tun. So etwas zu tun. So etwas zu schnappen. Hat er eine Waffe? Ja, in der Mitte. Ja, er hat sich aufgehoben, sehr gut. Tor Wei, Wei Shen, Zanganui. So, jetzt gibt es ein Schüttenfest. Ja, nachgeladen und entsichert. Nein, entsichern habe ich nicht mehr gebraucht. Das ist eine Automatik. Oh, fuck. Schnell ein bisschen Munition auffassen. Aufsammeln, suchen. Das sind alles dieselben Waffen. Kleinpistolen. Aber Munition genug. So. Wie liegt der jetzt noch? Nein, war ein Treffer. Hier kommen noch zwei von den Stufen herunter. Also von den Treppen herunter. So viel ich weiß. Ja. Ja. Fuck, habe meine Waffen vorher verloren. Ja. Jeder Schuss, ein Treffer, ein Schuss, ein Treffer. Ich bin der Weg, Shen. Shit, fuck. 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 Okay. Suivire, Vichy. Stop. Goddamn chasing me. Oh, come on. Fuck. Fuck. Shit. Oh, hier wird's brenzeln. Woah. Wah. Fuck. Fuck, gellige Haulerei. Ich würde ihn prägt. Miller, Rios, Rios, Rios. Aber auf der richtigen Fährte. Ab dich. Ah, Mist, bestimmt gibt doch, dass das die falsche Richtung ist. Ich bin noch Helo. Ja. Shit, I said don't move! Fuckin' cops. Take go of me! Fuck! Whooo! 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 Yeah boy! Are you fuckin' done? Okay, okay, I'm done. Hope's up him, man. We're gonna win you! 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 Oh, das geht so gut. Motherfucker, I can't pee if I talk ice, but all my brother goes to Big Smile Leads. You wanna fuck with him? I just did. You dumb bastards, got any idea how badly this is going to fuck things? Hey, hey, ask me if I can. My brother is what makes the whole triad work. I don't give a shit about you, fuck. And you keep talking about it, I'm liable to forget, I promise to bring you in alive. What the hell is wrong with you? You know what? I'm sick of listening to you. Very good. That was fucking crazy! See you! See you, Wash! Schönes zu sehen, arschloch! From tonight on, your partnership with Doll Guys is done! Take a bite, dude. We can talk about how to remove your partnership. You did good. Here. A little token of my respect. Keep this up and there's a lot more. I get the feeling things are looking up for the water stream, boys. Thanks, boss. Hey, man. Look. I don't do this often. But, uh... I'm sorry. I was wrong about you. You show your true colors tonight, brother. But, uh... I think I'm going to take a bite with Wei Shen. I'm going to take a bite with Wei Shen. I'm going to take a bite with Wei Shen. You talk much better here. You're wrong? Look. You're wrong. I'm fine. I'm sorry. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Haki-Party, Motorrad fahren, Street-Race-Rennen, oder was, ja. Jawohl, sehr schöne Lischi-Kurve, an zweiter Position. Funktion kosten 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 kosten, Rommel, fulfillment,amm! Ah, sehr enge Kurve, ja, Gott sei Dank, habe ich bei den ersten beiden Malen, die ich das Spiel gespielt habe, jedes Mal übersehen, ich glaube bis zu 15, 16 Mal musste ich das Spiel, die ich endlich gewonnen habe und weitergefahren bin im Level 8, 9, dauert auch länger diese Fahrt, also dieses Rennen von der Strecke her, oh, kleiner Fehler, aber habe noch Vorsprung auf dem Slapy, wieder kleiner Fehler, aber egal, wie sich die Englisch ausstehen. Ja, sehr schön gefahren von mir, ich muss mich schon direkt fast selbst loben für diese ausgezeichnete Fahrt, wunderschön, wunderschöne Kurveleihe. Nein! Oh Gott, schwerer Fehler. Ich weiß nicht, ob sich die Staten noch ausgeht. Ich weiß nicht, ob sich die Staten noch ausgeht. Habt ihr die Rampe übersehen? Wasp! Sorry fans. Das war's. Ah, Motherfucker, aber geht ja noch eine Weile bis drinnen. Das war's. 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 Das war's.